malzeit freunde wir kommen zurück bei ac chronicles china und dem zweiten teil vom dritten video wenn man das letzte video gesehen hat dann wisst ihr ja was die fraus ist als schwer verpackt habe und wir gucken ja und machte jetzt zurück so schön fast zu leicht später ist das ein unangenehmes level immer schön dass er überlegen würde ich nur gucken ja genau so aber er geht halt nicht weiter um um Wer ist das? Sie sind weg? nachzudenken doch dort leute drehen sich echt abgefuckt wirklich zurechte hier schatten silbers scheiße so wie können hier hochklettern glaube ich nicht da das stimmt irgendwo gegen auftauchen na klar zwei gleich gibt es ja eigentlich noch so nischt 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 ganz vorne ist noch ein helixpunkt und dann muss ich jetzt sogar oh ja weil ich in einer Karte war 3 3 3 3 3 3 ich werde bekloppt ich werde bekloppt ernsthaft kommen ich glaube das war es mit unserer guten bewertung ein bisschen distraktion könnte mir helfen auch könnte natürlich was mich nicht ab du dummer was auch immer du bist armbrust passt in dem zeit da könnte man muss gar nicht so schnell schießen du wie zu den zehn jahren ach man vor allem wie solchen denn sonst ablenken wenn ich so ich habe nur was aber recht zu mir für die musik es wird aber tröten ein bisschen die straxen kippen so natürlich hat er mich wieder gesehen weil ich ja nicht erwarten könnte so gibt es hier noch bin ich jetzt hier ich sagte runter hier geht es nicht runter hier runter hier bin ich tot da jetzt übrigens nicht drunter das muss ich mal gucken wo ich bin ich denn ich bin da hinten ganze stückchen weg so dass ich frau dreht sich der kunde um und sieht mich war das die brücke nein es war eine flucht wille wo ist denn hier bitte in den helix punkt korte unten ach da da wenn wir wohl töten müssen anders kommen wir glaube ich nicht weiter natürlich sieht er sein kopf vorhanden wir wollen wir da gehen können h h natürlich ich muss doch mal los ich muss also wirklich so lang schon gut runter 6. natürlich siehst du mich hier wieder Klon ich hab doch Kreis gedrückt weil ich das Feuerwehr nicht gesehen habe warum sterbe ich denn gerade so oft es ist gerade total der Wurm drin heute ach man also gerade ist ich ich weiß, dass der sich umdreht und hochguckt zack, er guckt hoch er guckt runter und dreht sich zack machen was du willst natürlich mit dem Schild vorlassen ja ihr Wichser ach man baaah du scheiß Armbrust Spinner das wird euch die schlechteste Bewertung die jemand jemals jemand in diesem Spiel bekommen hat mir fällt gerade ein, dass ich den falschen den Helixpunkt eingesammelt habe, oder? der muss hier drüben der muss links von mir sein was ist der denn? der muss irgendwo der muss vor mir sein irgendwo da aber wo da den dürften sie jetzt eigentlich nicht mehr sehen natürlich sieht er mich wieder ich würde gar nicht runter, danke hier irgendwo hier ach da geht es auch rüber hier ist der Helixpunkt Gott Leute da hätte man jetzt mal vorher sorgen können ich hier recht am Anfang geholt als ich hier unten war ach so viel umstehen wie komme ich hier jetzt hier wieder rüber ach fuck ich habe doch nicht mehr hoch ach fuck muss ich jetzt den ganzen ach fuck nö ja ja gut hätte man das vorher gewusst mich nervt, dass ich diesen Typen da rum nicht umbaut habe mich nervt, dass der Heland läuft ach er ist auch noch am Start ach oh man das ein so ein Gegner ausmacht der wie schnell du dir durchwaschen kannst wenn der eine Typ weg ist ach was war das ach Schattengült natürlich 1100 bisschen was brauchen wir für das eine Teil ich bin jetzt durch warum sind wir durch ich habe etwas übersehen oh ich war so schlecht ich war so schlecht ich war so schlecht freund ich war so schlecht hm wer knallkörper weiter helix ich habe eine animus schabe auch noch übersehen und ich glaube das nehmen sie noch nicht geschafft oh Gott das war weniger schön so freuen aber das war es mit dem zweiten Teil vom dritten Level das war jetzt relativ kurzes Video wir müssen ein bisschen an uns teilen können egal machts gut bis zum nächsten Mal